er um okay ist das dumm was für wächst die Einleitung Willkommen zurück beim bestes Spiel auf der Welt Titel das Meisterwerk Game of the Year 2006 mit der ausgefaltesten KI der besten Grafiken die jemals in einem Spiel benutzt wurde der Strip ok laden wir jetzt in Mexiko, sind wir schon in Mexiko, sind wir schon in Mexiko sind wir schon da, seit der Eröffnung im letzten Jahr gilt Trinengas Granat erzeugt eine Wolke von Reizstoffen um den Verlauf des Kampfes zu beeinflussen Gasmasken sind ein effektiver Schutz ich glaub die KI ist so dumm, die checkt das gar nicht was Trinengas ist so geht's jetzt bei dir los endlich habt ihr schon eure, habt ihr schon eure Klasse hingestellt aber I'm ready so Terroristen haben die Konten und schon wieder ja, die Xbox 360 also das sind wirklich viele Lademütze, die ich hier sehe also habt ihr alle krack im Gesicht ach du scheiße, was sind das denn hier für Computertext du zieht nicht mal aus, Digga-San, Alter wow ja, ich seh ja nichts ach so, jetzt seh ich was wow ähm mhm der ist voll die komische Lippen damals war das voll hart, aber damals bin ich voll gerne mit dem Heli geflogen weil das Vega so cool aussah mittlerweile ach, damals mäh woher hast du das denn gespielt, wie alt warst du da? da war ich, kein Plan, wann wann, 2006 war das? da war ich ja, 12 oder 13 da warst du 19 die Backen, du fette Backe wer war du bist doch fein was hast du eigentlich deinem Mädel für eine komische Frisur gegeben? ich weiß es, eigentlich wollte ich ne Mütze haben, aber die war wohl, gab's wohl nicht da gibt's ja nur Kurzhaarfrisur warum fahren die für Autos da unten nicht, ist der Stau da? ja, Stau, siehst du doch wie viele Autos da sind? ne, ne, die Textionen sind zu schlecht, die ist ja gar nichts doch, du könnt deine Zahlen Autos animieren boah, guck mal, der Helikopter wird nicht mal im Spiegel, äh, in den Fenstern gespiegelt gleich hinten, gleich hinten spiegellose guck mal ok, los, los, los also der Schalldämpfer ist hier schon irgendwie unnötig, die wissen ja eher nicht, dass wir da sind im ganzen Spiel gibt's kein Auto, was sich bewegt alle stehen was war das denn jetzt? wir haben mal eine Granate ok, T4 oh, what the fuck boah, hier ist gerade der Reifen weggeflogen so, sag mal, Alter der ist halt aber nicht die Versicherung die bewegen sich nicht, guck dir das mal rückengeschossen Fabian, nooo die laufen ja mit Uzi rum, ey, das sind die richtigen Gangster ist der Grenzschutz bei der USA, hier dürfen keine Leute bei die Grenze du darfst nicht, wenn die Southpac folgt, wenn die Grenzschutz gespielt haben nein rück die mal an klasse klasse da ist noch einer, ich mach den Platz oh, der hab grad gesehen oh, der hab grad gesehen ich darf ihn nicht schickt er sich nicht der versteh ich auch gar nicht irgendwie oh das ist ein Werbeplakat, oh scheiße oh yeah das ist das, oh, das finde ich, ich dachte, dass der Werbe Typ du auch, Alter du auch, Alter von bald, da hast du auch aus du bist für den Weg weiter das hätten, das könnte ein cooler Film sein The Redwoods, The Redwoods, äh, Horror okay, mit, äh, Redwoods die wir ihren Schrotflinden, könnt ihr euch mal damit verpissen Redwood oder Edwood Redwood so, so schwul ist das Spiel auch nicht ich dachte, Edwood oh, change your odds ex es ist das genau die selbe wie bei oh, das kaputt gemacht das genau die selbe wie bei Need for Speed, äh, what wanted, glaube ich ja, der Need for Speed man kann nicht nach, man kann nicht die Wacht wechseln, wenn man nachlässt hey, lass nein, ich bin, fuck ne Spaß ich hab nichts, etwas du, ne, der hat was, ich weiß nicht mal nicht der war der Wechsel wenn der jetzt abkackt, warst du dir für uns ja aber ich kack dir nicht ab ach, komm ich bin schon wieder da hopps, 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 weg da hin da hin seid so behindert im Kopf, ohne Spaß ich hab in dir gerade, ich hab in dir gerade ich hab in dir gerade, ich hab in dir gerade ich hab aus gesehen auf den Weg gedrückt das kann halt, dass auch nur besser werden ich hab aus gesehen auf den Weg gedrückt und die hat mich erschossen, deswegen ihr Team Machbesprechung du bist so dämlich du bist so dämlich du bist so dämlich oh, ne natürlich kann man das ja auch überspringen jetzt voll der Grafikblende hinterher spielen, ne ich was soll ich hab sie ich hab sie ich halte, wenn wir hier rennen unter die weh, weh, weh weh, weh, weh weh, weh weh ich kann nicht mehr ah, Fabian, was hast du jetzt so gemacht ach ne, du bist ja Fabian, hallo, Fabian, na Wenn man das auf dem PC spielt, dann bewegen sich die Köpfe, wenn man nach links oder nach rechts schaut. Ne, ich glaub nicht. Ich guck die ganze Zeit nur geradeaus. Der guckt voll ernst. Wer ist das denn? Wer ist das der vor mir sitzt? Das müsste glaube ich Dennis sein. Dennis ist der komische Russe. Ich bin da mit der Brille. Warum bin ich Russe? Ich hab ne Klasse. Sieht von Russisch aus. Das hat sich Alter. Oh, voll viele Kerzen in der Brille. Ach ne, Kerzen ja. Du müsstest im Morgens holen. Egal, lassen wir das mal. Das sind natürlich Springbrunnen. Fontäne. Guck mal, Fabian ist gerade mal Private. Opfer, Alter. Ich weiß, warum das Spiel nur 3 Euro gekostet hat. Ja, das weiß ich auch. Weil Ubisoft Geld machen wollte. Richtig, mit 3 Euro. Ey, der war aber voll gut. Ubisoft war's verassert. Warum jetzt hier? Ja, endlich. Ihr könnt keine Animation machen, wenn man aus dem Heli steigt. Wie dumm sind die mich. Ich bin mit 30 am Arct. Ich wollte gerade sagen, okay. Ab jetzt kennen wir uns nicht mehr gegenseitig. Aber, ja. Ey, gut gemacht was, ey. Boah, ey, der spielt Rackdoll. Fuck. Warum ist der Bus so eck? Hör auf. Stop it. Na klar. Mach mal gar nicht. Don't even start it. Warte, warte, warte. Vielleicht treffe ich ihn ja. Oh fuck. Fabian, der Bus explodiert. Hm, der kann, ja sicher. Oh, Mendo. Ist viel zu eckig dafür. Stirb. Fabian, brenn. Das ist so komisch, dass der die Granaten wirft. Der wirft die einfach nur so, so komisch. Brennst du, Fabian? Hä, Wohlein? Ich brennen. Verpiss dich mit deinen... Abfangen an, ich bin schon wieder... Na. Granate. Oh, verdirb der Hund. Muss man noch sagen. Sehr schöne Synchronstimme. Ja, sehr schöne Synchronstimme. Ja, also die haben die Figuren echt gelebt. Also die haben dich einen einverwetzt. Stirb der Hund. Also da muss man schon sehr authentisch rüberkommen. Autistisch. Okay, ich wollte aber grad sagen. Jetzt kommt der Elf schon wieder autistisch. Okay. Der Rattenjunge. Du bist da. Du bist nämlich ein Penner. Tut mir leid. Ich wollte dich hier warnen, aber... Ich hab's dann noch nicht getan. Ja, kriegt ihr beide zurück. Oh, er hat auf dich geworfen. Pass auf. Oh. Ach. 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 Verpiss dich von da. Das ist weg. Sehr gut. Wenn du jetzt abkackst. Ach so. Ach so. Oh nee. Okay, warte. Oh Gott. Was machst du? So. Ey Dennis, hol auf. Ja, ja. Kein Problem. Präzise. Was? Ich find das C4 werfen total in dem Spiel. Also ihr wollt ja Gears of War hier das neue Judgment im Korb spielen. Ja, auf jeden Fall. Hat das 4player Korb? Ja. Ja klar. Hol ich's mir auch. Dann hol ich's mir auch. Ja geil. Das wird toll. Das wird besser als Raffi hier. Das wird besser als der Ack. Warum macht hier Ack's Werbung? Prost. Product Placement. Äh, 22. März. Oh, das passt ja. Ich hab grad verstanden. Ich hab grad verstanden. Der Typ hat gesagt. Ja? Kauft ihr mal Internet? Ich glaub, weil ich hier die Konkurse hab. Was? Ich glaub nicht, dass Skype so viel... Oh Gott ey. Warum schießt ihr auf mich? Tue ich doch gar nicht. Oh. Da geht's doch nicht hier. Da steht ein leichtes MG, passt mal auf. Jetzt müssen wir echt vorsichtig sein. Jetzt ist eine Granate geworfen. Achtung. Fabian, das kam ein bisschen... Der ist nicht versuch'n zu sterben. Ich sterb nicht, hatte. C4. Ich rate mal, ich hab ihn erwischt. Den Penner mit... mit der Spaß hab' ich. Ey, Sprinten wär so schön wie das Spiel, ne? Oh Gott, nein. Der Typ ist immer noch am MG. Ab drin. Ich hab' ne Granate dahin gebrochen. Pass auf. Altes, Dennis grad'n laggy. Von hinten. Die bescheuert. Ihre Eltern. Oh. Auch ihre Älteren. Deine Mutter. Vater. So, niemand mehr. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Spaß hat sich noch hat. Oh, wollte die Granate. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, 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 oh. Ich hab' mich selbst gekillt. Sag mal. Ich hab' mich selbst gekillt. Sag mal. Schlecht, ne? Aber dann kommt ihr mit so'n Quatsch hier. Da war ja Duke Nukem, das ist in Los Vegas Level 10.000 mal besser als der Kack hier. Und zwar bin ich aber nicht gekillt. Oh Gott. Wer sucht sich auf B für die Granaten aus, ey? Ey, ich glaub wir müssen lange mal aufstehen, uns umzubringen, ey. Wow. Jedes anderes Spiel... Oh. Tops. Bei jedem anderen Spiel drückt man sich auf B. Und was macht man bei Rainbow Six Vegas? Ich glaub, dass man nilf Granaten auf B. Null Sprengstoff. Es ist so schlimm, ey. Ja, auf jeden Fall. Mit jedem anderen Spiel zieht man auf LT. Und nicht mit dem rechten Stick. Außer Halo jetzt. Aber... Hell ist aber was Besonderes. Halo ist... Halo. Halo hat ja auch keinen Kimmel im Korn. Alter, ist das... Boah. Fünfer fährst bestimmt. Auch wenn gerade 6 weggezeigt werden. Leck ist echt so krassbar eigentlich? Ja. Ne, wie es durchgeht 30. Ja. Ich hab bei mir losgehen 60, aber ähm... Boah. Der wurde selbst. Der hat bestimmt grad 15 FPS. Ja. Ja. Bei Avamedia drückt immer 60 an. Wer... Alter, wer dauernd vor euch eigentlich? Also die dich an meinem PC oder so? Ich glaub, das ist... Ich glaub, das ist... Stress programmiert. Ubisoft. Oh, Alter. Warte, warte. Ich nehm jetzt ein G von denen. Moment. Das heftig, ey. Okay. Lockt sie in meinen... Was denn Fick? Also Leute, das liegt gerade wirklich nicht am PC. Das liegt daran, dass hier so viel, äh... Angezeigt wird. Das haben die Wacht. Programmiert. Franzosen eben. Stirb jetzt nicht. Stirb jetzt nicht. Fuck. Wie? Wie? Oh Gott. Böse. Jawoll. Oh, sag doch was. Oh Gott. Fabian. Ich hab ja schon roten Bildschirm. Sag das mal für. Fabian verpflichtet mich. Alter, ich muss endlich ins Scheiß kassieren wollen. Nee, Fabian! Hallo? Ja, hallo. Boah, das ist auch ne KI hier. Boah. Sogar natürlich taktisches, äh, taktische Strategien-Unsatz. Taktischen Tiefgang ist das hier. Da ist ja einer. Kommt. Das ist ein taktischer Plan, Alter. Sich hinter einem, hinter einer Wand zu verstecken, die durchsicht. Lass nicht wahr sein. Sniper. Irgendwo hockt ein Sniper. Wo ist der denn? Komm schon. Hast du schön gemacht. Ah, der überhitzt mein Xbox gerade. Nein, tut's nicht. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Aber ist der da, da? Also wegs. Tomb Rider, das ist besser als Tomb Rider, also. Ja, unglaublich. Ich meine, die Inszenierung. Die, diese Inszenierung. Wie viel einfach mal passiert. Ja, und so viele Details, dann wurde er eingeschossen. Ich geh rein, ich geh rein, ich geh rein, ich geh rein. Jawohl, endlich. Oh, ja, boah, jetzt läuft's endlich wieder flüssig. Äh. Ich bin drin. Äh. Wo müssen wir jetzt hin? Oh, wir haben was raus erreicht. Wartet. Boah. Hauptsache hier. Nö, nö, Fabian. Chance verpasst, wir sind schon drin. Ich bin hinter dir, du Penn. Achso. Oh. Moment. Moment, Moment. Ihr müsst die... Warte, warte. Der hat was rausgekriegt. Der hat was geworfen. Der hat was geworfen. Daaaaa. Das ist krass. Ihr fängt Siegen, Baumgartnerstyle. Habe ich alle? So. Okay. Oh. Das war nicht so gut. Doch, das war super. Nein, was nicht. Oh Gott, ja. Alter, das ruckelt. Oh Gott, jetzt hatte ich auch eben 5 FPS oder so. Voll geil. Ich liebe dieses Spiel. Ja, ich wollte gerade sagen. Das Spiel hat nicht umsonst so 3 Euro gekostet. Wer dauert man hier eigentlich? Oh, das ist ein Rack. Alter, Bro, das werden ja keine Verbündeten angezeigt. Also bei mir... Alter, was für ein Borger... Wie viel hast du denn kostet? 5 Euro, das zu programmieren? Echt? Ja, das war ja ein Hammer-Mission. Ich würde sagen, einnehmen wir noch auf, oder? Das haben sie klasse hinbekommen. Acht Minuten, ja. So, Rainbow konnte die Terroristen von ihrer Position am Strip vertreiben und in das Calypso-Casino einringen. Bis zum nächsten Mal. Richtig.